Auf Arbeit, na toll. Ja und damit, willkommen in der weiteren Runde Zocken mit den Mädels, ich mach das viel zu enthusiastisch Wurde mir gesagt, deswegen Ja, Zefi ist dabei Vivox Firebug ist auch so Und dann haben wir hier noch Jetzt haben wir noch Spin to Win Garen dabei und ich bin auch da Ist das besser so? Nee, nee Das ist jetzt depressiv Wie soll ich denn? Das bin ich fähig Bist du nicht fähig, ein Mittelding zu finden, Schatz Also ich, doch, klar, aber Enttäuschung Nee Einfach nein Oh nein, eine Killer-Sona Schauen wir mal Den Ash-Sona hab ich Ich nicht Ist mir zu teuer War ich glaub ich der letzte Skin, den ich von den Riders von damals geholt hab Ich bin Lagobert Duck Ich bin geizig Ich bin geizig Also hast du keine Riders Also hast du keine Riders Das auch Doch wie du ins Kino gehst, Simon, bist du nicht geizig? Denk ich mir grad auch Oh ja Nein, nein Ich bin geizig Ich geh dreimal im Monat in einen 15-Euro-Kinofilm Ja, wenn schon denn Wir haben im Übrigen beschlossen, du musst auch mit dem Panem reingehen Eigentlich war eher die Aussage, wir fragen nach, wer mit will Ich dachte, wir zwingen ihn einfach So wie wir alle zwingen mitzukommen Also ich werd nach jeden Fall gucken, aber erst mit meinen Brüdern Siehst du? Meine Brüdern Ja Jo, Brüder Ihr habt spätestens ein Problem damit, wenn ihr versucht, mich da mit rein zu zwingen Der eine? Ja, ne, warte, warte, der eine ist 1,80 Das ist Nikis Aufgabe, dich dessen zu zwingen 1,83 und 1,94 Wie viele Brüder hast du? Zwei Du hast dich halt irgendwie irgendwie 3 oder du hast dich nur einmal vertan, oder? Ne, ne, einmal 1,83, ich mit auch 1,83 Ah, okay, du hast dich mitgezählt 1,94 Ja Hätte mich ja mein Ex Groß Hm Eine Westing-Größe Eine gute Größe Ja Sagen, 1,1 Über 1,90 ist generell eine sehr gute Größe Ich fand das so lustig so, ich sag was, Natalie sagt was, Kathi sagt was und alles so in die Richtung Hm Hm Nenn Aha Was denn? Der Vieh, was denn? Niki hat kein Problem große Männer zu finden Ja, weiß Aber ich mag nur die besonders großen Erik Was? Du warst 1,85? Knapp, ja Knapp, ja Wer ist denn Toaster? Ich weiß es nicht Keiner Niemand Alle haben 100 Ja Das ist Spannung, das ist Dramatik Wir spielen gegen den King King oder was? King 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 Pudi Pudi Auf jeden Fall mindestens 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 Pudi Pudi Da muss ich mal gucken was du Oh Schatz ey Ach Schatz ey Ja was denn? Nee das ist keine Katze Nein, 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 ist es nicht Moooo Okay Wartet, wartet, wartet Ist es noch besser Ja Hast du auf Facebook bedenkt? Video? Nein Noch nicht? Nein, nein Also ja schon, aber nicht jetzt Das ist sehr gut Das ist sehr sehr gut Dein Arm tut weh Kriegst du einen Schlaganfall? Nee Das sagst du jetzt so Herz Was denn? Ich stücke nicht mit dir Ich frag doch nur Es geht los Das kann passieren Ja, mein Arm tut mir ein bisschen weh Das ist, wirst du schon so Hypo Honda wie ich manchmal Nein, du würdest wahrscheinlich in einem Schlaganfall auf dem Boden liegen Wenn ich einen Schlaganfall hätte, bestimmt Aber sonst nicht Ich glaub das du noch zucken würdest Weiß ich nicht Ich weiß nicht wie das sich auswirkt Ich glaub das ist einfach nur so platt So Pudding mäßig Puddi 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 So Kannst du dich mal den Jungle anders ausprobieren? Ähm, jaaa Die Frage ist bloß wie Willst du den Großen und einen Kleinen nehmen oder? Weil Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Ähm Obwohl ich keinen hatte Ich trotzdem halt Level 1 fast voll war Ja Also ich weiß nicht Weil Ist ja blöd wenn du quasi dann Das machen würdest Oder ich würde dann halt die Die Kids kriegen und du dann nicht Level 2 kriegen Das wäre echt dann Tja Wir müssen uns halt einfach gucken Wenn du Wenn du den Romp nimmst Äh Und einen kleinen Ob das dann reicht Ich glaub fast nicht ehrlich gesagt Aber wir können es testen Ja Schatz nein Das irritiert die Musik Böse Das ist nicht meine Schuld Ja aber es ist dein Problem Das sind unsere YouTube Aufnahmen Oh nein bedanke dich bei den zwei Mädels Nein nein Die anderen zwei Doch doch Die anderen zwei Die anderen zwei Die haben sich einfach dran erinnert Die ganze Zeit Die ganze Die ganze Zeit Was daran liegt Das liegt Das nicht hier uns so ein Schaden für uns hat Das jedes Mal wenn wir das zwei Wir lachen müssen Ihr seid kaputt Ja Ihr ging es doch genau so bei dem anderen Film Den wir gesehen haben Ja Bei welchem anderen Film Bei Paranormal Activity Ja Bei James Bond Da war ja auch der Trailer Und bei James Bond war der Trailer auch Wo dann Petra total verwirrt Und guckt Was ist jetzt mit euch los? Ja Das ist so schön Jo So Da ist die Zona Na dann nimm dir mal den oberen Minion Ja Aber nicht per Kreisel Sonst kann ich mir den unteren nicht nehmen Lass mich mal tanken Ja Das ist auch höhere Range von daher Wie immer Egal Komischerweise Also macht es keinen Unterschied Oder du müsstest wirklich beide kleinen kriegen Was total bekloppt wäre Aber dann hättest du auf jeden Fall einen guten Gold Lead Aber ich glaube Level 2 ist unmöglich an sich zu machen Weil ich hatte damals ja auch Wo ich keinen hatte Denselben Äh EP Ist halt nicht mehr Double Jungle ist nicht mehr Ja Du bist nicht mehr Das ist letzte Season Na doch egal Das ist voll Yesterday, Erik Das ist voll Season 5 Das geht nicht mehr Yesterday Eigentlich ist das Season 3 Aber Aber letztes Season wieder so aufgekommen Wie ist so flauschig Wie ist so flauschig So Simon Engage 3 Sekunden 2 1 Ok los geht's Er hat ein Wort Renn rein Du musst das öfters machen Weil ganz ehrlich Dann denkt er Dass du kommen würdest Hm Ich komm von oben Ja Von oben ist besser Hehehe Er hat den Braten gebrochen Ne 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 Dann gehen wir wieder Oh er will immer noch Hallo Hallo Lol Ich verstehe das nicht Was ist denn falsch mit ihm Nice Ich bin noch hier Ich steh neben dir Das heißt nicht zwangsweise Dass du da bist Siehst du Ich verprügel den Frosch Ich die Kroko an Tasche Und ich gewinne oben sogar Außer wenn er jetzt nicht wegrennt Er hat nur kein Mana mehr Ah Flash ist raus oben Ok Hat er alles gekriegt Also hier unten ist ein Freekill ne Die alte Handtasche Ich bin aufm Weg Ich hab leider keinen äh Also ich hab Teleport ab Aber ich hab kein Leben Oh gosh Ja Ein bisschen Dann setz ich meinen dahin Ein bisschen lange VERPRÜGELT Geh und ich auf den Zwirn Geh weg Hallo Schäfchen Hallo Hallo Schäfchen Ich geh weg Ich geh weg Geh da rauf Ich meinte ja hier Von der vordersten Front weg Simon wenn du den gleich Das nächste Mal herrest Komm ich gleich einfach Kurz per Teleport hoch Damit wir den Herald machen können Ja Da ist er wieder Ich hab dich gerade schreien hören aus dem Jungle eben Ja Jetzt geh ich zurück Ja Sehe ich so Under Tirit Und so Ich hab's gehört Alles ist gut Okay Doch morgen streamen wir Ganz normal Gott sagt Doch tun wir Warum sollten wir denn nicht Das war letzte Woche Gehört Schatz Ja was denn Mein Papa hat gewurzelt Morgen Ja Ja Das heißt Schenkst du ihm was Ich ja Heißt das du bist beim Stream dann nicht dabei morgen oder Weiß nicht wir kriegen Gäste und so je nachdem wer kommt Ja Ja Okay stimmt Das ist dann Natürlich eine Sache die man beachten muss Hm Ja du wärst sicherlich auch eingeladen aber 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 Naja Event stream Dann wird's glaube ich ein bisschen schwierig Ja man sieht's sicher das Wochenende sind der von Ich werd auf jeden Fall morgen Es geht um meinen Vater nicht um das Wochenende Ich weiß Willst du das jetzt ausdiskutieren? Ja Was das ich sage dass mein Vater Geburtstag hat? Das ist doch schlimm Ich versteh's auch nicht Nein ich meine jetzt das was danach gerade folgen wollte Egal Hä? Du weißt schon was folgen wollte wovor wir gesprochen haben? Ist egal Tachl Tachl Hi Tachl Ey ich bin grad für Harald ein bisschen low Okay Ich bin mal kurz ein bisschen ausbezogen dann komm ich wieder Alles klar Das brauch ich Auch immer gut Und Mr. Kroko ist back Hm ja Ich hol mal erstmal Blue bevor ich äh So ein Devon dazu komme Boah Boah Ich hab mir schon null Schaden gemacht Keine Ahnung warum er das gemacht hat Boah Ich hab mir schon null Schaden gemacht Keine Ahnung warum er das gemacht hat Boah Er kommt zu dir? Weil dann komm ich nämlich entsprechend rein Weil dann komm ich nämlich entsprechend rein Ja ich denke ich kann ihn so ein bisschen Obwohl er scheint grad ängstlich zu sein Ah geht an sich Alles klar Cool morgen ist schulfrei Mein er ist weg Äh hast du Ignite? Ne Teleport Schade Jetzt hab ich Level 6 Nice Ich hab nämlich jetzt auch Ulti Ne der ist weg Der ist weg Nein LoL er bleibt da Okay Die Dives sind real Ich knock ihn ab Ich knock ihn ab Ich knock ihn ab Ran Ulti Boah Oh nein der Tower Wieso war ich denn so lange gestunnt? Was das denn? Achtung unter dir Ja schon gesehen Ja ok stimmt Der wird ja hier nicht gefeiert Kommt ein U-Boot Ähm Kleine Info Äh An dich Nathalie So in der Form Deine Nachricht hat Patrick erreicht Ja ich weiß Er hat mir auch schon geantwortet Alles klar Gut dann Ja 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 Dann brauch ich es ja nicht groß weiter erwähnen Das wollte ich sagen So jetzt ruckelt das High encoding CPU Ich muss mal unbedingt durch die Settings gucken Warum das dann zur Zeit so Krass ist Ja vor allem Das ist ja Vielleicht das So Oh fuck So mal schauen Vielleicht hilft das schon So ich bin wieder auf dem Weg nach oben So ich bin wieder auf dem Weg nach oben Mhm Der Nauti rennt grad Richtung Herald Mhm Äh ne der Renehack meine ich Der entwartet Ja Zona ist im Moment weg unten Aber ich glaube die ist B gegangen Ja Ich setze hinter den Herald dann Ward Na dann Na dann Wenn wir los gehen Ja Nachmachen Okay Jo Sehr gut Sehr gut Jetzt sind nur meine Beide unten weg Rückton schaden der Herald Ja Das ist schon krass Ich kann direkt ulten Bin so ein bisschen low aber Müsste gehen Oh lol Der ist weg oder? Ne der ist weg Na ja alles gut Der will mich Ich komme in der Mitte Mach mal genau lieber die Mitte ein bisschen Wo ist er denn hin? Er ist mit mir wahrscheinlich zeitweit gleich weggegangen Ne ne ich bin ja hier gewesen Ja? Ja ich bin ja direkt dazu zurückgegangen Jetzt bin ich in die Mitte geheizt Weil unten halt gerade fehlte Sollte denn ich ja nicht an Simon gehen Ich gehe dann jetzt aber auch zurück Du kommst ja wieder Weil Bot braucht wieder Hilfe Sollte schon an Simon gehen Aber hat halt nicht geklappt Weil da muss ich das tanken übernehmen Das habe ich noch nicht so richtig raus Wollt ja nicht dass der Midtower angepokt wird Ich kann das immer noch nicht sagen Ich wollte gerade sagen Sona kommt wieder nach unten Die hat wohl Drake gewartet schätze ich mal Okay Okay Die Theorie funktioniert aber nur Wenn die Jedis und die Sith Gleich stark gewesen wären Ich komme ran Ich gehe mal kurz zurück Nein Du kannst mich testen Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich hab Teleport ab, falls benötigt Ja, alles klar, wo noch ist alles im grünen Bereich Kannst du sagen, was ist jetzt von Drake? Ja Die hocken hier weit oben und, keine Ahnung Der hat gerade Spaß im Busch oder so So ein kleiner Voyeur, Naughty los Z kommt, Z kommt, Z kommt Ich muss jetzt sagen, schön hinterher kommen dann Kommst du uns dann gegen? Äh, brauchst du nicht Ach, wofür denn? Du kommst dann zu dir Okay, mal weg Naughty los, fehlt Ähm, okay Das mit dem Weggehen ist so ne Sache Ich hab kein Leben Ich hab weniger Jetzt, ja Ja, weil er kam da, dann hätte man Äh, egal War zu spät angesagt dann Äh, was ist die Hüchen? So, so So komme ich nicht mehr weg Nee, nee So, dann So, dann Ich halte gerade den Tower und Ich bin auch die Lost, der will irgendwie Stress Du musst nur warten, bis der Tower hinfängt Niki Niki Ja, das ist zu viel Ja Kannst du knicken Ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt gehe, wird er bestimmt mal einen Tower machen, der Typ hier Oder ist er beim Loop vielleicht gerade? Ne, keine Ahnung, der scheint Aber der Zett scheint entweder nicht gut zu spielen oder du kommst gegen Zett ist mittlerweile besser klar Ja Schatz Weiß nicht, weiß nicht Nautilus steht da unten Und die sind beide weg Ja man, Nautilus ist aber in der Nähe Der Rift Herald wird glaube ich nicht mehr groß Ja, wir werden überhaupt nur knapp kommen So, ich komme zu dir hoch Nochmal den Renneken verprügeln, Krokoleder machen Der Mr. Tower konnte jetzt gleich fallen Dabei bin ich Ähm, beide waren bei mir, beide sind weg Ne, der Nautilus ist weg Ja Kannst ihn holen? Sehr gut Irgendwie habe ich das jetzt getan, ich weiß nicht wie Warum rennst du denn alleine hin? Doch Optimal Wissen wollt ihr, ob er wardet? Ja Irgendwie einen schönen, auszugleichenden Kill-Count hin Also ich merke schon, der Zett hat jetzt gerade gegen die Ki einfach nur noch Ja Gott sei denn, hätte auch alles enden können Also wenn er gut wäre, also besser wäre oder so Mein Krokol fehlt Das ist tot So So Immer noch? So lange? Okay Na gut Krokol lebt Mach das hier erstmal Urlaub oder so Ja, auf jeden Fall Mindestens Komm jetzt nach unten Komm Richtung Mitte Komm nach unten Komm nach unten Und Krokos wieder da Ich komm auch nach unten Ich auch Ich auch Ja Hauptsache erstmal wegrennen Feige Sau Digga, machen wir den Pink halt mal weg Da ist das Oh Gott Da sind nun alle Er ist tot Okay LOL Wuhuuu Geh weg, geh weg, geh weg Ja, der Lucian ist selbst Jetzt einfach schon 5-1 Ja Runterporten jetzt gleich? Ja Oder ist zu spät? Ähm Geh, ich geh mit dir den Tower Ein bisschen auf Ne, geh mal Ja, geh mal mit Saven und dann komm runter Ja Ich komm auch per Teleporter Ja, ich kann nicht per Teleporter zukommen Der macht meinen Red Kannst du ihn bitte davon abhalten? Alles klar Ey, Batchi Hat er schon geschafft, glaub ich Dann kommen wir gerade in meine Richtung So, sorry Ich kann mal weggehen Okay Bin unterwegs Wow, das war ja ein Schaden Nicht Sehr gut Dann wird es noch da Sehr schön Machen wir hier den Todeskreisel Du bist tot Jetzt macht sie womit Ansage Jetzt mach ich das Jetzt mach ich das Die Mitte Ja, bin unterwegs auch Ich geh direkt ran Geh weg, du Handtasche Gehst du nicht auf GroKoLeder? Nein Nein LOL Jetzt geh die Wand nicht runter Und hier geblieben Harold, Harold Der ist gerade da Das ist jemand Er ist noch 20 Sekunden da Deswegen ja Ich meine, in Fight ist er länger da Ja, dann geht er bis 55 Ja Geht die Party Hier Schönes Ding Hier oben Tower pushen So Na Betschi, wie geht es dir? Zona geht hoch In die Mitte Zona geht hoch Das möchte ich dir jetzt erstmal angucken Hier gleich Er hat ein Wort dahingestellt Genau Ich hab's noch im Augenwinkel erblicket Nicht Ich werde dafür, dass du den Skin machst Den? Ja Passt auf, die sind alle hier im River Auf der Notaufnahme, was? Die gehen gerade Richtung Mitte, Erik Nein, die sind hier im River Die kommen runter Ja Sekunde mal eben Ähm, Betschi, wie jetzt aus der Notaufnahme Das hab ich nicht gerade ausgelesen Und dachte mir so, was? Pass auf, Cati unten Und jetzt versuche hier wegzukommen Ich renne Nee, sie nehme ich nicht mehr Kann sein, dass wir den Dragon machen Ja Ja Kommen wir ran Betschi, was ist jetzt schon wieder? Nee Geh raus, 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 raus Verstandest du schon wieder vom Zug? Joach, der Schaden ist Gottseidank Nicht so gut Ihr Penner, ihr Penner, was wollt ihr, was wollt ihr? Ich wollte auch den Z mit der Ulti-Platten machen, dann mit der Instruktion Die sind wir immer noch Das mieses Stück Ziemlich mieses Stück Hm Ich geh den Top Tower saven Ja Alles klar Die alte Klimper 2 ist hier vorne Oh, sehr gut Ja, ja Kein Ding Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, ich hatte den Buff Das ist Selbstsicherheit Wollen wir Botlane pushen? Wo gerade hier in der Mitte sagt, was da ist? Bin ich wieder Geht ihr in der Mitte einfach ein bisschen Druck machen, damit die nicht nach oben kommen Sonst hätte ich gesagt, dann kann ich in der Top Tower ein bisschen Druck setzen Zett und Sona sind noch Mitte Leider keine Worte oben Aber der Dusion fehlt Ja Da kommt die wahrscheinlich sofort runter Vielleicht das ist was ich meine, wir können jetzt gerade einfach Split pushen ohne Ende Ich muss einmal kurz zurück was kaufen, ich hab hier schon fast 4000 Gold Okay, ich mach ein bisschen Damage Komm dann gleich mit Teleport dazu Ich hab ja... Oh Nicht sterben Hab's in der Woche massive Schmerzen im Fuß und kann kaum laufen Heute Nacht drin war's am schlimmsten Ich konnte gar nicht mehr laufen Batschi, was denn los? Was ist hier was los? Was machst du denn hier? Ich hab hier noch Kroko Tasche Bist du beim Creepen umgeknickt? Ich hab mir die Kroko Tasche Ja Wo komm ich am besten nach unten oder in die Mitte? Das ist doch nur Kroko Luten ist weg Das wird geschaltet Na gut, Kroko geht jetzt wo auch, Mitte also komm in die Mitte Nautilus kommt nach oben Ja, Kroko kommt in die Mitte Mitte alle missing? Könnten alle zu dir hochkommen, Erik Ja Wir kommen in die Mitte Ähm, hast du einen Wardler für oben? Ja, hier Ja Blind Habe ich vorhin noch ein paar Sekunden Mitte hat Lucien und die Kroko Tasche Ja, soviel dazu Ja, egal Ist doch egal Könnt ihr Mitte halten? Ich bin alleine hier, wieso soll ich es alleine halten? Dann komm ich zu euch Aber wir sind beide fast tot, also ihr müsst eigentlich nur runterkommen Ja, ich bin in Richtung Alles klar Aber will ich alleine halt reingehen? Ja, ne, das ist gefährlich Alles gut Printe von hinten einfach rein, dann passt das Wollen wir jetzt auch, glaube ich, auf dich dann zu? Eben, soll ich die auslösen? Hier Hier Wo sind sie? Ich save mal unten Dann Blut vielleicht hier vorne? Guck mal eben Ja Hier sind sie nirgends rum Nein Starke Sehnenscheid-Entzündung hat er Nein Sehnenscheid Entzündung, nicht Sehnenscheid Dann von mir ist doch das, meine Güte Steinkommen hier Promi Shopping Queen Auf jeden Fall, äh Auf jeden Fall gute Besserung dann, Veggie Ja, gute Besserung Jetzt sind's alle in der Mitte und oben Das heißt, man kann unten wieder Druck machen So nen Herald-Counter gibt es nicht, ne? Herald ist weg Ich weiß, aber trotzdem Ich weiß, das weiß ich nicht Komm in der Mitte Ich auch Er hat's umgedreht Er kommt runter Pusche jetzt gerade Red kommt runter, pass auf Ja, TopTorLost, aber egal Ja, da liest du was los Ja, da liest du was los Nach dem Bot? Jetzt können wir Mitte Kati möchtest du Red haben? Weil ich hab noch Ne, mein Red ist... Okay, vergess es Ich dachte, es ist hier gewesen so Ihr nicht direkt über den River Ich wollte auch nicht direkt über den River gehen Guck mal, jetzt warten wir hier Der war doch da Dann komm ich von oben Nein, was? So gemein bringe ich dich Da war ein Poco Epic World of Doom Simon, du rennst gerade in zwei ran, aber ich bin hinter dir Und darauf vertraue ich Ich weiß nicht, wen ich getroffen habe, aber irgendein war es Du bist hier Hier, lauf, wo sie dir Wer ist denn da geflasht jetzt? Glaube ich aus Versehen Ne, Kati, wenn sie so redet, dann Kati Ich weiß nicht, lalala Du kommst nicht weg Fick dich weg, du Oberfürst Hahaha Baited Ja Ich um den Farm Okay Also die Baits haben ja gut geklappt, wa? Ja, oh ja Dem nächsten kriegen wir das Dem nächsten könnt ihr auch noch, dann könnt ihr auch noch unten roamen Ne Aufgegeben LOL Wieso das denn? Mädels Ein einziges Mal haben sie halt Konter gekriegt und ihr wisst auch Schatz, dein Mikro Das war eine weitere Folge Zocken mit den Mädels Einfach mal wieder die Weih ausgepackt Hat ja gut geklappt Ja, daran lags Bye Bye Ja